Aho ihr Lieben, das Testen von Produkten ist eine wunderbare Möglichkeit, um zusätzliche Einkommen zu generieren und wie ihr dieses sinnvoll investieren könnt, möchte ich euch im heutigen Video zeigen. Letztes Jahr habe ich auf verschiedenen Plattformen bis zu 20% Kredite gemacht und das bringt mich mein Ziel der finanziellen Freiheit immer wieder näher und was das für Plattformen sind, wie ich dabei vorgehe, möchte ich euch heute im Video nochmal aufzeigen. Der erste Schritt, den ihr dazu unternehmen müsst, ist natürlich Geld zu machen mit den Produkttests. Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die in meinen Augen zwei besten sind. Natürlich zum einen die Produkte, die ihr zum Testen bekommt, verkaufen über eBay, über Amazon, über eBay Kleinanzeigen, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Auch Amazon kann dazu sehr, sehr gut genutzt werden und das zweite ist dann Affiliate-Marketing und wenn ihr wirklich groß seid, als dritte Möglichkeit wäre dann noch, dass ihr über Blockforster verschiedene Kampagnen macht und dafür dann auch bezahlt werdet. Aber für die meisten ist es wohl verkaufende Artikel und Affiliate-Marketing. Damit verdient ihr Geld über eure Produkttests und das könnt ihr investieren. Meine absolute Lieblingsplattform dazu, oder meine Lieblingsmethodik viel eher, sind die sogenannten P2P-Kredite, also Private-to-Private-Kredite. Das heißt also, ihr bezahlt Kredite aus an Privatpersonen. Klingt ein bisschen unheimlich, ist aber mittlerweile auch schon seit einigen Jahren in Deutschland sehr etabliert. Bondora kennen zum Beispiel fast alle mittlerweile. Ja, und das Schöne dabei ist, ja, es gibt ein kleines Risiko, je nach Plattform, aber ihr könnt da wirklich Mikrokredite vergeben, 2 Euro, 10 Euro und darüber könnt ihr euer Risiko einfach unwahrscheinlich streuen. Wenn ihr jetzt 500 Euro habt und streut die in 50 Pakete, a 10 Euro, wenn da mal einer ausfällt, ist das ein kalkuliertes Risiko und der Verlust ist wirklich so gering, dass sich der Zinsgewinn bei den anderen eben, ja, deutlich besser darstellt als dieser kleine Verlust. Meine Lieblingsplattform dazu ist Bondora. Ja, ich habe dort letztes Jahr 19,75% ungefähr Rendite gemacht, also ein toller Wert, wenn ihr das mal vergleicht mit dem, was ihr so aktuell auf dem Sparkonto bekommt, das sind ungefähr 0%, heißt das, ich habe richtig Geld darüber verdient, ja, ich habe da ein bisschen eine aggressivere Variante gewählt, man kann das einstellen mit einem Schieberegler, aber wie, ja, wie riskant man vorgehen möchte, das Schöne ist auf jeden Fall bei Bondora oder generell bei P2P-Krediten, man hat ein Auto-Invest, das heißt also, ihr müsst nur ein paar Parameter einstellen und dann vergeben diese Plattformen für euch vollkommen automatisch diese kleinen Kreditsummen, das heißt, ihr habt damit eigentlich keine Arbeit, außer dass ihr euch einmal registrieren müsst, einen Link dazu lege ich euch unterhalb des Videos ab, da bekommt ihr auch gleich ein bisschen Startguthaben mit, ja, ihr müsst euch also registrieren, dann müsst ihr Geld einzahlen, ja, und das war es eigentlich, dann müsst ihr nur noch regelmäßig vorbeischauen, ob das Ganze noch nach wie vor funktioniert, ich mache das so einmal im Monat ungefähr, und da ich das Risiko wirklich optimal streuen will, um das Risiko einfach zu reduzieren, habe ich euch noch eine zweite Plattform rausgesucht, die nennt sich Mintos, damit habe ich letztes Jahr um die 12% Rendite gemacht, auch hier eine große Empfehlung von mir, und auch hier ist es wieder ähnlich, ihr habt so einen Auto-Investor, ja, und dieser investiert eure Summen, die ihr eingezahlt habt, einfach direkt für euch automatisch, Link wieder zur Anmeldung unter dem Video, auch hier kriegt ihr einen kleinen Startbetrag, ja, und der Vorteil von Mintos ist gegenüber Bondora, ihr habt zwar einen kleineren Zinssatz oder eine kleinere Rendite, ungefähr 8% weniger, aber dafür seid ihr 100% abgesichert, wenn ihr die richtigen Einstellungen nutzt, bietet euch dieses Symbol hier, dieses kleine Schild, einen zusätzlichen Schutz, und zwar heißt das, wenn die Kredite ausfallen, bekommt ihr die ausbezahlt von der Bank, die eigentlich dahinter steckt, das heißt also, ihr seid da absolut sicher, und diese Risikofreiheit bezahlt ihr eben dadurch, dass ihr weniger Rendite habt. In meinen Augen sind diese P2P-Kredite eine wunderbare Möglichkeit, um eben diese zusätzlichen Einnahmen, die ihr über das Produkttesten bekommen könnt, sinnvoll zu verwenden, weil letzten Endes, wenn ihr dieses Geld weiter für euch arbeiten lasst, vermehrt sich das von automatisch und irgendwann wird die Summen immer und immer größer, dann nutzt ihr wunderbar den Zinseffekt über die Jahre aus, und letzten Endes, mit eurem Gehalt rechnet ihr immer, mit dem Geld, was ihr über das Produkttesten bekommt. In meinem Kopf verschwindet das immer so ein bisschen von automatisch, da vermisse ich das sozusagen nicht, wenn ich das dann in dieser Möglichkeit investiere. Damit ich da ein bisschen noch einen Überblick behalte, laufen all meine Produkttest-Sachen auf ein besonderes Konto bei der ING-DiBa, das ist also getrennt von meinem normalen Konto, und da sehe ich auch immer gleich, was ich ausgegeben habe, was ich eingenommen habe, ja, das ist auch wunderbar für die Steuererklärung, und ja, alles, was davon übrig bleibt, ich habe immer einen gewissen Basisbetrag einfach fest drauf, damit ich eben laufende Produkttests auch einkaufen kann, laufende Produkte. Alles darübergehende schiebe ich sofort immer auf diese P2P-Plattform und lasse es eben für mich arbeiten. An das Geld komme ich ziemlich schnell wieder ran, man kann diese Mikrokredite sozusagen wieder verkaufen, demzufolge bleibe ich trotzdem insgesamt noch ziemlich liquid. Was ist in eurer Meinung zu P2P? Findet ihr das gut? Sagt ihr, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren, oder sagt ihr, das Risiko ist mir viel zu groß? Schreibt es unten in die Kommentare. Ahoi!